Das ist meine Bibliothek und das ist meine fast vollständige Sammlung von Eierschalen vom Zwergkolibri bis zum Vogelstrauß. Oh, beeindruckend. Ich glaube, wenn uns jemand etwas zu diesem Ei erzählen kann, dann ist Dolphinsch. Sagen Sie uns, was ist denn im Ei? Sagen Sie es uns gleich. Mrs. Dolphinsch, was ist denn im Ei? Wissen Sie es vielleicht? Keine Ahnung, ich erwarte es nicht. Hey du, Vorsicht, dass es nichts erbricht. Das passiert sehr schnell bei dem Gericht. Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen sehen, wer da drin ist. Schaut euch um hier, sagt mir, was ihr seht. Bücherweilen weit. Suchen wir die Lösung in einem Buch. Oh Mann, das kostet Zeit. Uns gehört das super bunte Ei. Und wir wüssten eines gern dabei. Was da drin ist. Cody, weißt es du? Ich weiß gar nichts. Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen sehen, wer da drin ist. Es ist richtig mit dem bunten Ring. Und ich hoffe, kein Krokodil ist drin. Vielleicht ist das auf irgendein Dinosaurus-Ding. Verzeihung, Bani. Keine Ursache. Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen sehen, wer da drin ist. Ein Schimpansel könnte es doch sein. Uhu, uhu, uhu. Oder auch ein Dino. Noch ganz klein. Manchmal sind auch Spinnen drin. Mann, das gibt doch alles keinen Sinn. Was ist drin? Ich weiß noch immer nicht. Ein kleiner armer Zwerg. Cody, du bist manchmal nicht ganz dicht. Was uns gar nichts tut. Jede Seite schauen wir uns ein. Sperren wir es in den Käfig ein. Oh Mann. An das Ei lass ich dich nicht mehr ran. Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen sehen, wer da drin ist. Findet ihr nicht? Das macht richtig Spaß. Hey, was wird geschehen? Jetzt erst geht der Spaß so richtig los. Und du wirst es sehen. Was soll denn hier ein Hinweis sein? Mach ein Buch und ich schlafe ein. Ich bleib dran, sind auch die Augen klein. Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen sehen, wer da drin ist. Diese Suche hat doch ihren Sinn. Drum stehen wir zusammen wie ein Team. Jeder fragt sich, was ist die Ding? Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen sehen, wer da drin ist.